Wir brauchen diesen Kessel, ne? Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann könnten wir vielleicht wirklich richtig gute Buffs endlich machen. Weil unsere Buffs im Moment sind ja eher so anwesend. Aber so richtig gut sind sie halt auch noch nicht. Da vorne ist ein Turm. Den haben wir halt noch nicht geholt, ne? Wenn uns der Weg da hinführt, dann nehme ich den Turm mit Kusshand. Okay. Ne, den Turm kennen wir. Ich wollte ja eigentlich nach oben, Richtung Norden, aber jetzt gehen wir Richtung Süden plötzlich. Ich hoffe, wir finden noch einen Weg around. Ich laufe einfach mal, um zu gucken, wo wir jetzt hier sind. Aber ich würde schon gerne hoch. Auf Dauer, ne? Liebes Team, war das so gewollt? War das so gewollt? Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht und geschafft. Ist es dünn? Ah, Pflanzenfaser nur. Okay. Also, ich liebe diese Freiheit. Was ich noch übelst feiern würde, wäre Klettern. Das wäre das Letzte, was ich übelst feiern würde, glaube ich. Ist das Feuerstein oder was ist das? Ihr wisst ja, wir graben uns natürlich hier hoch jetzt. Kalkstein. Aha. Was ganz Neues. Hier waren wir auch noch nicht. Gerade bei solchen Aufstiegen hilft uns natürlich jetzt der Perk ganz besonders. Was wir wohl mit Kalkstein anfangen können. Oder haben wir Honig oder so? Ach, falsch. Haben wir Honig oder so gefunden? Wachs. Geschick. Plus zwei. Was haben wir denn noch so? Willenskraft. Oh ja. Keine Ahnung wozu. Ich mache es einfach. Ich grabe jetzt natürlich ein bisschen in die Richtung. Keine Ahnung wo ich jetzt rauskomme, ehrlich gesagt. Ich war hier noch nie und ja. Ich hätte Wasser, ne? Wo ist denn mein Wasser? Ich habe gar kein Wasser. Doch da. Geben wir uns zumindest das Wasser hier. Da vorne, da müssen wir hin. Das ist irgendwas, was ich nicht brauche, glaube ich. Okay. Jetzt kommt langsam Erde dazu. Bedeutet, wir sind... Was haben wir bekommen? Säulen der Schöpfung. Ja. Nein. Ach, passt. Wir hüpfen einfach hier hoch. So gut es geht. Und versuchen den Kalkstein zu erklimmen. So. Ein bisschen mehr. Komm. Gib ihm. Wir machen so ein bisschen den da. Passt. 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 Jetzt hier hoch. Irgendwann sind wir oben. Mhm. Ich würde gerne da oben hin knüppeln. Passt. Ausdauer. Ich würde gar nicht wissen, was wir mit dem Kalkstein machen können. Wenn wir aber was daraus machen können. Also, klein an. Zum Beispiel mit einem Stein. Die besten Geschichten, sagt er. Boah. Ich glaube, ich werde hier ein Altar bauen, wenn es so weiter geht. Mit einer Werkbank. Ist schon sehr weit oben. Ich mache das so, dass ich hier immer so eine Kuhle habe. Und dann kann ich mich da hoch weiter schlamüsern. Ja, wir könnten Bergsteiger werden, gell? Ich sage euch, Kien sollte mir ein Bergsteiger-Dings machen hier. Mir fehlt halt echt Klettern als Perk. Das wäre so geil, dass man diesen... Einfach nur einen Perk hat, wo man... Perk. Ähm, Perk hat. Damit man halt auch wirklich einfach nur klettern kann. Wir haben echt nicht mehr viel, ne? Also, nicht mehr viel Spitzhacke eher. Ja. Jetzt ist es... Jetzt ist es done. Okay, pass auf. Ich starte. Ich mache hier einen Abflug. Und gucke, wohin wir kommen. Okay, nicht sehr weit. Bedeutet, ich würde hier vielleicht eine kleine... Oh, was haben wir hier? Hi. Eine kleine Zwischenbasis reinbasteln. Aloe, hallo. Eine kleine Zwischenbasis hier. Ein Bastel, wenn das geht. Oh Gott, wir können so viel machen. Ein Flammanteil. Oh Gott, wir können so viel machen. Da. Erstmal. Und eine Werkbank. Das ist das Einzige, was ich gerade brauche. Die braucht Holzscheite und gern. Eins, zwei, drei. Ne? Und den Rest kriegen wir auch noch irgendwie hin. Gib mir Holz. Holzscheite. Holzscheite, sehr schön. Das reicht. Was ist das? Rotzucker. Oha. Oha. Was wird dadurch alles wohl lernen? Zucker bei der Bäuerin. Ist ja nicht dein Ernst. Also hier bekommen wir ganz frische Sachen. Wir brauchen eine Werkbank. Zack. Das setzen wir hier rein. Reparieren alles. Nehmen mit. Flamme tilgen. Passt. Der bald nachlassen wird. Okay. Bedeutet, die Flamme wird getilgt. Und wir bekommen dann die Möglichkeit weiter hoch. Einen neuen Altar zu machen, oder? Wirkt so. Schön. Okay. Okay. Wir waren schon sehr weit oben wieder. Ach, schön. Okay. Ähm. Wir graben hier weiter. Okay. Da oben ist wieder Zuckerrohr, wie ich sehe. Haben wir irgendwas, was wir zu uns nehmen könnten? Was? Unnormal. Da oben, ich werde so viel Zuckerrohr anpflanzen. Das glaubt ihr gar nicht. Zuckerrohr haben wir zu uns genommen. Ne, haben wir nicht. Können wir gar nicht. Okay. Ich sehe das Problem gerade. Nein. 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 Hier geblieben. Wir brauchen eine glatte Ebene noch. Und dann kommen wir an zu her. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich hier hochgrabe. Aber es ist okay. Oh, da hinten ist ganz viel Ort sogar. Okay, wir... Warte mal. Ich kann das nehmen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Da oben. Ich habe keine Ahnung, wer uns besiegen oder bekämpfen wird. Ist ja mal eine große, oder? Okay. Ich will ganz oben was bauen. Ganz, ganz oben. Ich bin jetzt ziemlich verrückt, sagen wir es mal so. Wie viel Kalkstein wir halt mitnehmen, ne? Boah, Alter, was... Was ist denn hier los? Äste, Äste. Hier wächst halt alles, ne? Ähm. Der sieht lustig aus. Den will ich haben. Okay. Okay, Pflanzenfasern, nicht mal Aloe. Was willst du denn? Rotzucker, Hallöchen, Rotzucker. Hm. Salbei. Nee. Ich habe das Spiel, ey. Das ist ja... Oh. Moin, Martha. Oh, du bist aber stark, Kollege. Äste. Was isst du denn für mich? Eier, gekochte... Zinn. Äh, hä? What is that denn? Aha. Das wird eine neue Kammer werden. Verarsch mich nicht. Ich will da ganz oben, ne? Also, ihr wisst schon. Also, für mich ist es ganz klar, dass ich da hoch will. Ich glaube, die Spieleentwickler werden sich auch denken, was macht der da eigentlich die ganze Zeit? Also, die sollen dieses Video echt nicht sehen, sonst denken die sich, ich schlage gerade deren System irgendwie oder so. Aber ich liebe es und, ja. Also, solche Expeditionen, daran habe ich halt auch null gedacht. Aber das macht Spaß. Und ich benutze sowas hier, um ein bisschen Ausdauer zu regenerieren. Also, immer schön weiter buddeln. Kurz Ausdauer, Pause. Volle Kanüle. Oh, da kommt ja noch mal was. Weiter, 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 weiter. Ach, komm schon. Gleich sind wir oben, hoffentlich. Ja, wir leveln schon gar nicht mehr davon, ne? Jetzt abwarten. Okay, passt. Wir sind halt noch immer nicht oben. Ach, du Heiligsblechle. Da oben kommt ja noch was. Mein. Mein lieber Gesangsverein, Alter. Und ich sehe schon, mit den nächsten Updates kommen halt neue Leute. Und wir stehen hier wahrscheinlich wieder vor so einem, ja, so einem schreiend Ding da, bumm da. Oh, Bruder, ich verstehe dich. Wir sind fast im Berg oben. Nehmen sogar Schutz gerade. Können uns aber in eine Höhle reinbuddeln. Wir haben Aloe, wir haben dies, wir haben jenes bekommen. So ein paar neue Ressourcen. Wir haben einmal 10 gefunden. Spuren zinnen. Äh, okay, zimper. Immer schön weiter da rein knüppeln. Oh, passt. Guck mal, wir könnten theoretisch hier weiterbuddeln. Wir müssten nur hier hochspringen können. Und sind wir gleich wieder noch eine Stufe höher. Oh nein. Genügt es? Jetzt müssen wir mal ganz kurz was gucken. Baugebiet benötigt, okay. Ähm, kann ich denn, weil wenn ich jetzt noch eine, noch ein Altar machen kann. Ich kann kein Altar mehr machen. Mir fehlt ein Stein. Den Stein finden wir noch. Ich würde mal ganz kurz runter gehen. Ich glaube, wir brauchen hier dringend einen Stein. Und wir haben hier größtenteils andere Steine, die wir finden. Dann habe ich hier... Oh Gott. Das sind ja wieder so Viecher. Kein Kleid. Oh, normale Steine. Sehr gut. Dann würde ich gucken, dass wir... Was sind wir denn? Mal gucken, dass ich hier irgendwo baue. Okay. Wir sind ziemlich weit oben. Da vorne ist die Karawane gewesen. Aber wir machen das jetzt so. Ein Flammantel, Alter. Es ist okay, wenn wir hier in so ein Ding hinbauen erstmal. Und dann später nochmal wiederkommen. Weil wir können uns ja hin und her teleportieren. Hier will ich hoch. Wir waren schon sehr weit oben. Das machen wir noch. Erstmal nach Hause und gucken, was wir so alles gefunden haben. Was wir anpflanzen können. Blablabla. Pipapu. Ach, wir haben noch immer kein Wasser. Ich frage mich, was wir jetzt aus Kalkstein machen können. Da geht die Sonne unter. Zinn. Bronze. Kupfer. Wir können aber Bronzebarren machen. Leg mir auf Walsch. Was können wir jetzt hier machen? Noch immer ein Rezept. Drei Rezepte noch immer. Können wir jetzt hier machen? Metall. Was? Okay. Metallplatten. Das ist okay. Was kann der uns jetzt beibringen? Magie. Uh. Aha. 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 Transzendenter Schirm. Greifhaken. Gut. Das können wir ja. Was kannst du uns beibringen? Neues. Oder mit uns machen. Na gut. Oh. Ketion. Ketion greift an. Pilzomelette. Hm. Dafür brauchen wir einen Ofen. Oh Gott. Wir sind noch lange nicht so weit, ne? Hm. Ich lege erstmal unten mal ein paar Sachen ab. Nur so ein paar bodenständige Sachen. Hm. Ein paar davon. Ein paar davon. Ablegen. Ähm. Dass das... Die Kalksteine... Ich habe keine Ahnung, was wir aus Kalksteine machen können. Ach, Terrormaterial. Ach so. Okay, 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 okay. Oh Gott. Wir haben ziemlich viel gesammelt. Das ist aber gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt da rein. Ein paar Pfeilchen. Ein Kurzschwert. Und das Schwert. Ähm. Bringen uns beide nicht so viel, leider. Ein paar Feuerbälle. Ich habe hier noch was gefunden. Ähm. Nämlich. Das dann. Kriegen wir nochmal Knochen... Wobei Knochenmehl kommt woanders. Wobei das auch. Wir können halt Salbei... Was können wir mit Salbei-Blättern machen? Willenskraft 4. Das hier... Das hier will ich noch super gerne irgendwie verarbeiten. Zu Zucker oder whatever. Also das werden wir jetzt... Morgen direkt weiter bearbeiten. Was haben wir denn hier? Tomätschen. Ah, warte mal. Wovon wir genug haben, dass das... Wasser... Ah, Wasser ist ein Problem. Ich werde mich nie wieder ärgern, dass wir zu viel Wasser haben. Wir legen uns mal kurz pennen. Puh. Da hinten gibt es natürlich noch super viele Sachen, die wir noch suchen können. Apropos, wir haben keine neuen Fähigkeiten. Nein. Die haben wir schon ausgegeben. Ich würde mal gucken. Was benötigen wir für... Beeren, Bursch, Blah, 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 Aloe. Nitrat. Was? Rohrzucker. Wasser und Farmboden. Das geht. Kamillentee. Andere Nahrung. Einfach nur Zucker. Einfach nur... Ah, einmal nach der Pflanzen- und Setzlinge. Mhm. Jo, 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 jo. Wir nehmen ordentlich Flachs mit. Den Flachs schmeißen wir aber jetzt erstmal hier rein. Also, wir werden wahrscheinlich noch so viel finden. Haben wir Farmboden? Hm, nein. Weil ich würde... Äh, ja, natürlich. Mit Bomben machen wir so... Machen wir so super. Uns fehlt noch einmal... Wasser. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist noch ein Wasser. Aber die können wir drinnen lassen. Hier ist nix. Wir haben keinen Farmboden mehr. Nein. Äh, naja, egal. Platz finden wir ja dafür. Oh, passt. Und noch ein Wasser. Den setzen wir irgendwo rein. Hier ist noch Platz. Okay. Also, Rohrzucker haben wir. Ähm, ja. Wieder ein Wasserproblem. Dummerweise. Mhm, 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 mhm. Wir haben noch ein paar Bomben. Würde mich eigentlich da gerne weiter hochbuddeln. Wir haben doch hier noch die eine Spitzhacke genommen. Da. Achso, hier haben wir noch eine Nahkampf... Ach, das ist ungewöhnlich. Gewöhnlich. Leider ein bisschen wach, Allah. Dann pass auf. Dann teleportiere ich mich nochmal rüber. Ich würde gerne noch ein bisschen höher hinaus, ne. Also, das ist schon mein Ziel. Ich will da ganz hoch hin. Ich lasse den aber hier. Bewusst. Oh Gott. Ich nehme natürlich hier Salbei und whatever mit. ganz ziemlich stark sein. Die Viecher da. Oh, ja. Die Dinger nehme ich mit Kusshand. Haben wir Rohrzucker ausgerüstet? Oh, oh. Ich höre den Angriff. Ich versuche hier hoch. Gönn dir, Bruder. Sehr schön. Dann hoch hier. Ah, stimmt. Ich kann oben kein Feueralter bauen gerade noch. Wenn mir noch die Steine fehlen. Wir werden oben nochmal nach Steinen suchen müssen. Ist halt so. Oder halt auf dem Weg nach oben. I don't know. Das ist hier. Erde. Okay. Alles gut. Gut. Na. Passt. Wir graben weiter. Man könnte halt auch, wie gesagt, in so einer Höhle noch was machen. Oder so eine Höhle auch schaffen. Das erste Mal tatsächlich, dass ich die zweite Spitzhacke jetzt mitnehme. Was wir wohl alles noch aus Kalkstein machen können, werden, hätten können, machen. Das wird auch noch spannend werden. Also davon haben wir ja auch genug jetzt. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir Wasser enthärten irgendwann. Was? Oh. Die Subs funktionieren noch. Ich hoffe, es hört gleich auf. Oh, kurzen Moment. . Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020